Jo, und dann werden wir wieder zurück. Auf in die Minen. So. Sollte Tarantula besiegen. Wo ist das Vieh? Tarantula ist weiter drin. Ah, gut. Und mit Wind hatte ich recht. Wind ist die Schwäche von Erde. Ne, da kann ich hier nicht hin, glaube ich. Magie auf Geister, bla bla. Feuer und Licht, wenn ich da hinten hingehe. Passageweg Nummer 1. Warte, habe ich überhaupt Windattacken? Hillpire? Ne, ich habe nur Feuer und Wasser. Wie doof ist das denn? Na egal, dann greife ich halt normal an. Sollte schon klappen. Hier ist irgendwo die Tarantula. Hm. Ne, ich trainiere erstmal noch ein bisschen, weil sie kann ja noch gar nichts. Einmal bitte. So. Position wechseln. So, weg mit euch. Und einen Moment. Äh, Sui. Heil dich mal bitte. Du bist gerade böse vergiftet. Äh. Nein. Kein Nahkampf. Du bist eine Magierin, verdammt nochmal. Greif mit Magie an. Was ist denn deine Strategie, verdammt nochmal? Nicht all out. Es ist auf dir. Das heißt Magie. Oh, Level up. Cool. Okay, machen wir es erstmal so. First Aid. Auf dich. Ich habe kaum was verloren. So, da oben ist die Tarantula. Aber ich traue mich noch nicht gegen sie zu. Melange geht. Was ist das denn? War das dieses, was beides heilt? Jo, halt beides. So. Also, bevor ich gegen das Vieh kämpfe, will ich auf jeden Fall, dass Sui, äh, Status Dingens kann. Status heilen der Magie. Dann machen wir das Skorpion weg. Der kann vergiften. Und wir wollen es nicht herausfordern. So. Weg. Nein. Hallo? Du hast Magie. Greif mit Magie an. Und weg. Level up. Mädel, du hast Magie. Greif doch damit an. Warum tust du das nicht? Warum tust du mir das nur? Und kann ich irgendwo gucken, was die überhaupt diese Sachen machen, die Strategien? Äh. Nein. Nein. Kann ich nicht. Schade. Shit. Okay. Ähm. Moment. Das Vieh zuerst. Das ist böse. Äh. Nein. Falsche Richtung. Nein. Falsche Richtung. Da. Angreifen. Böse. Weg. 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 So. Jetzt. Äh. Das da. Weg. 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 Sui. Heil mich doch wenigstens. Wenn du schon nichts anderes zu tun hast. Ach man. Hallo? Triffst du mal? Ich hole die ganze Zeit da nähe mich, Idiot. Okay. Bogenschütze war doch eine scheiß Wahl. Wechseln wir das eben aus. Die Tarantel haut uns ja schon nicht ab. Ich muss eben kurz... Ich muss ja eben rausgehen, um zu wechseln. Ich kann mit Bogenschützen einfach nicht kämpfen. Ich muss... Es muss Nahkampf sein für mich. So. So. Nein, das war ja nichts. So. Ähm. Ja. Wechseln auf. Da kommen wir mal den Banditen. Obwohl, der ist auch Erde. Egal. Erde auf Erde wirkt ja nicht so stark. Nehme ich mal an. Naja. Und der kann klauen. Vielleicht klaue ich ja das ein oder andere gute Zeugs. So. Gehen wir mal. Und Sui, bitte stelle ich diesmal etwas schlauer an. Sehr viel schlauer. Oh, cool. Noch so ein Item. Ähm. Das da. Ne, nichts geklaut. So. Und weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Solange ich dauerhaft angreife, passiert ihm nicht. Äh, ihr nichts. Weg. Wind Eraser. Wow, bin ich schnell. Yes. Level ab. Ne, sie soll mal ein neues Level erreichen. Äh, First Aid, bitte, bitte. Weil du zu dumm zum Selbstheilen bist. Was ist das denn hier? Seek... Ach komm, jetzt lern wenigstens irgendwie Cure oder sowas. Damit ich wenigstens auch Gift heilen kann. Weil ich wette... Ich... Ich wette darauf, die Tarantel kann vergiften. Und ich hab keinen Bock am Ende alle meine Panacea Bottles dann da dran zu verschwenden. Ja, was macht sie? Sie läuft nach vorne, lässt sich erstmal direkt von den Gegnern erwischen. So. Ja, Wind er... Oh. Not bad, not bad. Das war wirklich nicht schlecht. Ach, warum tauchen die mal... Okay, machen wir es so. Das hier mach ich mir schnell tot und dann drehen wir um. So. Reihenfolge drehen. Und hier geht's weiter. So. Du hast es weg. Yes. Richtig so. Genau so soll es laufen. Ein bisschen Magie von dir. Ich haue im Nachkampf alle weg. Ganz genau so soll es laufen. Sui. Warum machst du das nicht öfters mal so? Oh, jetzt geht's ab. Genau so. Perfekt. So kriegen wir die Monster schnell tot. Siehst du? Das hat doch keine fünf Sekunden gedauert. Oder sechs. Na, vielleicht waren es sieben. Aber nicht mehr. Nein. Gut, komm. Jetzt gehe ich erstmal ein neues Level. Boah, die sind mit einem Windblade tot, die Viecher. Also dieses Schleim ist. Und, und, und. Jawohl, neue Art. Komm. Lass es bitte. Lass es bitte. Anti-Do. Oh. Ja, das geht auch. Okay, Moment. Einmal kurz heilen. Zack und zack. Und jetzt machen wir das Vieh fertig. Tarantel. Was? Was? Das ist die Tarantel? Hm. Deep Shit sage ich dazu nur. Äh, Big Mega Shit? Fuck Shit? Gut. Mir fallen keine passenden Wörter für die scheiß Situation, in der ich gerade bin, ein. Okay. Ich hätte doch Schwertkämpfer nehmen sollen und, sui, verdammt nochmal, macht Wind Arrow auf die Tarantel. Das zieht wenigstens etwas ab. Ja, genau. Heil mich. So. Erstmal die kleinen Viecher loswerden. Okay, nichts geklaut. Schade. So. Hallo? Treffe ich auch mal das... Ich... Mir reicht's. Tarantel-Attacke. So. Endlich. Nur noch Tarantel. Genau. Das zieht was ab. Jawohl. Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. Ja. Los. Stirb, du Tarantel. Auch wenn's ewig dauert. Stirb. Kein Wunder, dass ich so wenig abziehe. Ich benutze eine Erdwaffe nebenbei, glaube ich. Äh, was machen wir jetzt? Kann ich irgendwas anderes benutzen? Tools? Nee. Ich kann hoffen, dass ich mal ein bisschen, äh... Dingens, äh... Spam. Ein bisschen mehr Wind Blade. Wind Arrow. Genau so. Ganz genau so. Sweet. Perfekt. Autsch. Spam's einfach rein. Fertig. So. Los. Stirb. Stirb. Oh, das wäre ja wunderschön gewesen, wenn ich hier mit einem Bogenschützen reingegangen wäre. Los. Verrecke. Viermal kannst du es noch machen, danach heil ich. Okay, doch nicht. Jetzt kommt erst mal First Aid. So, weg. Weg. Wind Arrow. Zweimal noch. Was? Was? Wind Arrow. Wind Arrow. Einmal kannst du noch. Gut. Gut. So, jetzt. Items. Äh, nein. Nicht ich. Items. Sie. Auf sich selbst. Einen orangenen Gel, bitte. Auf dich selbst. Heilung. Da-dam. Da-dam. So. Weiter. Wind Arrow. Oh, genau. Du hast wieder genug für knapp 10 Wind Errors. Ich brauche wirklich mal so eine Linse zum gucken, wie viel KP die Gegner noch haben. Das ist nervig, hier einfach blind darauf rumzukloppen und irgendwann zu hoffen, dass das Ding stirbt. Ah, hat doch geklappt.